So, Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zu einer Runde Hunger Games und ja, wir sind wieder auf Breeze Island 4 und ich gehe jetzt mit Shadern, den ersten Shadern für die Minecraft Pocket Edition. Eine Runde Hunger Games zocken, yeah, yeah, ja, ähm, ich habe einen Fehler gemacht, dieser andere Typ da bekommt jetzt die besten Sachen, jetzt wahrscheinlich, aber egal, ich habe einen Eisenbarren und, äh, doch nicht, aber, gute Sachen und, ich kann nicht richtig was schwimmen, aber ich hatte eben mein Skin gesehen, das ist Standard von Block Launcher, ja, bisschen komisch, ne? Genau, aber egal, so, den Typ lassen wir es zurück, das war, glaube ich, die große Fehler, die ich gemacht habe, scheiße, okay, egal, aber ich spiele jetzt nicht mehr mit Block Launcher Pro, sondern ganz normal Block Launcher, weil ich keine Mods mehr benutze, außer halt das hier, ne? Oh, das war noch eine Menge Leute, okay, gut, ich dachte schon, so, ähm, das heißt, ich werde sicher schon verkloppen da, ein Diamond, like, ein Like a Diamond in the Sky habe ich bekommen, so, so, schon richtig gut ausrüsten jetzt erstmal hier, nicht, dass ich gleich abschmiere, oh, so, ein Stick, boom, wieder runter, als nächstes gehen, weil hier oben noch eine Kiste, unten ist der Crafting Table, ähm, so, mal hier hin, aber das ist wirklich hier, Sonic Ultimate Shader Mod, oder Unbelievable, was weiß ich nicht, das ist nicht so hart, sondern, das ist einfach nur eine ganz normale Shader Mod, so ein 75% Shader Mod ist das eigentlich, weil, es ist jetzt nicht ein normaler Shader Mod, es ist aber auch nicht jetzt, ähm, ähm, es ist auch nicht kein, auch kein, ähm, äh, wie soll ich sagen, Geschlecht zu erklären, das ist auch kein, Smooth Shader Mod heißt das, und, ähm, also, oh, scheiße, ich hab kein Schwert, oh, like a Mush, that's a problem, ah, mein letzte Chance, ah, Mann, ey, das ist doof, das passiert mir aber komischerweise immer, dass ich keine, ähm, Schwertler bekomme, so, hm, hm, hab ich einen Pfeil, ich könnte mit dem Bogen hier rumbleiben, aber, natürlich, das hab ich ja total vergessen, das muss ja sein, hier erstmal hier die ganze Nahrung nach vorne holen, wenn ich jetzt im Wasser ersaufe, dann raste ich aus, und, äh, oh, boah, das war knapp, so, wir müssen jetzt erstmal diese Island umrunden, denn, ich trau mich jetzt einfach nicht in die Mitte, ja, wirklich, ich trau mich jetzt nicht in die Mitte, nicht, dass wir vielleicht getötet werden von irgendeinem Fuzzi, so, ähm, ich geh einfach mal nach hier hinten jetzt, und ich seh mich gar nicht, ich seh mich gar nicht, da ist keiner, da ist keiner, da ist wirklich keiner in der Mitte, das ist krass, hier ist keiner, hier ist keiner, hier ist keiner, hier ist keiner, das ist weird, das ist so weird, guck mal, wie geil das Wasser jetzt aussieht, ey, ich hätte jetzt Anfang gekriegt, dass ich das wieder so doof macht, so, halt, so, oh, leicht, leise, 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 Achtung, Achtung, mal gucken, oh, das ist ja keiner, die Gäste ist mir jetzt natürlich nicht auf, aber hier, kommt halt, warte, wie jemand, nein, 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 psscht, ganz leise, psscht, ich habe die Scraft, damit schon gesagt, oh, man, drei Schuhe auf einmal, das geht ja auch, oh, da wir gehen, also ich habe jetzt einfach nur ein Steinschwert, oder sowas, oh, da sind ja keine Schwerte, oder was, that is your boy, dude, wie ich aussehe, so eklig, so, so, falle jetzt mal Zeug los, das habe ich zwei Diamonds, das ist nur dieser Server-Lag, das war ja offline die letzten Tage, ne, oder war offline, ich weiß gar nicht, so, ähm, so, das ist dein Ernst, die Chest ist voll, wirklich, Alter, das ist hart, so, da ist das, ähm, nur noch zwei Diamonds, Alter, der hat, der hat über zwei Diamonds gehabt, die übertreiben, so, der hat da, ein Stone Sword gehabt, der hat das, Stone Sword nicht genommen, wie doof ist denn der eigentlich, so, wo ist ein anderer Typ, ich würde wirklich nicht sterben, so, ähm, nein, das mal, das, dann, das, dann, bread, da cooked chicken, and that there, boom, so, oh, die Schäler sind geil, oder, muss jetzt mal, muss jetzt mal zugeben, oder, wirklich, so, so, nur die ganzen Kisten durchchecken, nach Pfeilen und Essen, so wie ich es immer mache, ich nehme Eilsen doch mal da raus, äh, das, das Stone Sword wollte ich mir auch nochmal holen, also, alle Stone Swords hole ich mir nochmal, weil, ähm, es ist sicherer, denn, man weiß ja nicht, wie die anderen Typen da immer losschlagen, ne, weißt du, wo ist Stone Sword, das habe ich noch, ne, ja, okay, das war gut, ähm, den Cake, behalte ich auch nochmal, Cake sind jetzt wirklich hier die, Nahrungsbomben, so, das war es jetzt, dann gehen wir nochmal in irgendeine Richtung hier, ich wollte nämlich nochmal was finden, so ein, äh, Fortress, da gibt es nämlich auch nochmal ein paar, Sachen, so, zwei Player remaining, keine Ahnung, wo der Typ ist, das war irgendwie so, irgendwie an so einer Wand, das bin ich ja genau wo, das sind wir hier an dieser anderen, ne, okay, hier ist es wieder nicht, da, hä, doch nicht, er ist so ein bisschen fies, es hat so Glitzer, deswegen, ja, eine Minute, so, lol, so, L, U, L, ach, hier war das, das muss ich mir merken, an dieser Ecke, so, guck, dann kann ich nämlich runter, zack, und nochmal, und nochmal, und dann haben wir hier so einen Weg, wo so ein paar Kisten, Kisten, Stone Sword, und ein Sticky Mixstick Stick, hä, zwei Chests, ne, oh, ich glaub das waren drei, egal, so, vorbereiten für Deathmatch, 10-Sec Deathmatch, ich bin VIP, are you kidding me, ah, ich wurde als VIP ausgezeichnet, das schaffst du nicht, ach, du kleine Cheater, und ist auch nochmal was, das hier, ich hab's so gar nicht, Kollege, haha, oh, ich wollte ihn nicht killen, okay, wie viele Diamonds, oh, der hatte drei Diamonds, einen Diamond, ja, ich hatte schon einen, okay, äh, zwei hatte ich schon, so, dann war's mit dieser Folge Hunger Games, ich werde jetzt diese Folge Hunger Games hochladen, und danach nochmal den Mod-Review von den Shaders, ich mach's einfach gleich hinten dran, ich, ne, das hab ich sowieso nicht, okay, ähm, ich benutzt nur Block Launcher, guck, ich beweis es euch, da, da ist Block Launcher, oh, hier, da, Block Launcher genau in der Mitte, rechts hier ist die Pocket Edition, und da ist die Block Launcher, so, ähm, man sieht daran, dass es nochmal Block Launcher ist, weil unter dem Launcher muss dann noch ein Pro, stehen, so, dann war's das auch für diese Folge Hunger Games, ähm, natürlich hab ich ja wieder gewonnen, das ist ja normal, weil ich hab ja, jetzt immer gewonnen, und dann bis zum nächsten Video, Tschüssi, Kowski, Moment, ein kleinen Moment, ein kleinen Moment, ein kleinen Moment, wenn ihr sehen könnt, da ist uploaded, the Video, hier ist das Symbol da, und dann ist daspiel,